30 Kilogramm, das sind fast Valujev-Dimensionen, aber trotz körperlicher Überlegenheit Champion verteidigen, aber sehr gute Aktion. Das war die Szene, wo sich Orlov damit sein 137 Kilo auf Pianeta drauf lehnt. Hinein geht's in die zweite Runde und Uli Wegner, Sie haben die feine Ironie erkannt, der Gegner ist mächtig schnell. Geschlossene Dämmen. Geschlossene Dämmen.